Gut, für jeden ist natürlich eine gute Schlafroutine etwas anderes, aber es gibt ein paar Dinge, die man unterschreiben kann für alle, nämlich, dass es uns wirklich nicht dienlich ist, am Abend noch am Handy zu sein. 50 Prozent der Leute sind am Abend noch auf einem elektronischen Gerät, bevor sie schlafen gehen. Das kann ein Tablet sein, das kann ein Laptop sein, das kann das Handy sein. Mach es dir zur Gewohnheit, das nicht zu tun. Ich weiß, Verbote sind immer schwierig, aber da wirklich dir eine Routine zu machen auf meinem Handy, sehe ich nicht, wenn ich WhatsApp, Instagram, Facebook irgendwas aufpoppt, es ist ausgeschalten. Du kannst es am Handy einstellen, dass ab 19 Uhr du dann nicht mehr dran bist und auch nichts mehr empfangst. Und ich kann dir versprechen, all das, was nach 19 Uhr kommt, kann bis am nächsten Tag warten. Ich weiß, am Anfang ist es komisch, vielleicht, wenn man das Gefühl hat, man muss immer erreichbar sein für die Menschen. Man gewöhnt sich daran. Die Freunde gewöhnen sich daran. Die wissen, okay, man ist jetzt nicht die ganze Zeit auf WhatsApp oder Instagram. Die zweite Schwierigkeit, glaube ich, mit dem elektronischen Gerät ist, ist einfach dieses Blaulicht. Schalte es aus. Da gibt es eine App, die nennt sich Flux. Ich habe ein MacBook. Beim Handy kannst du Augen schonen einschalten. Ich habe das immer eingeschalten. Das hilft einfach, dich schon auf den Schlaf einzustellen. Ich würde alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer verbannen. Ein wichtiger Punkt ist, und jetzt komme ich zu den sieben Arten, um besser zu schlafen, ist, die beste Zeit für den Workout ist zwischen 15 und 19 Uhr. Und du kennst mich, weißt, dass ich in der Früh trainiere. Das ist so, das ist meine Gewohnheit. Das werde ich auch weiter behalten. Aber bitte schau, dass du nicht nach 19 Uhr trainierst. Also nochmal, zwischen 15 und 19 Uhr ist die beste Zeit für dein Training. Da ist dein Körper auf der richtigen Körpertemperatur. Da ist er gut drauf eingestellt. Danach beginnt die Melatonin-Produktion. Das heißt, dein Körper geht schon in diese Ruhephase. Und wenn du da noch trainierst, kannst du wirklich deine Schlafqualität verschlechtern. Das ist ein wichtiger Punkt. Arbeite mit einer Atemtechnik. Es gibt ganz viele Atemtechniken. Es kann sein, dass du deine eigene entwickelst, vielleicht vier, sieben. Dann atmest du vier Sekunden ein und sieben Sekunden aus. Wichtig ist bei der Atemtechnik, dass du den Ausatem verlängerst. Also stell dir immer so vor, wenn du länger einatmest und hältst, ist so ein bisschen mehr Aktivität in dir drinnen. Wenn du aber ausatmest und den verlängerst, wird das vegetative Nervensystem aktiviert. Wenn du mehr zum Thema Atemtechniken wissen möchtest, dann können wir dann nochmal ein eigenes Coaching dazu machen. Teil auch einfach ein in mentalen, emotionalen und physischen Körper. Alle drei haben unterschiedliche Bedürfnisse vom Schlafengehen. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel nochmal beim physischen Körper sind, kann dir ein Magnesiumbad sehr helfen. Nicht jeder verträgt eine große Dosis von Magnesium. Deshalb kannst du das über das Badewasser zuführen. Und das entspannt schon mal deinen physischen Körper und stellt dich auf den Schlaf ein. Das Thema Dankbarkeit, da geht es um den mentalen oder vielleicht auch emotionalen Körper, ist ein großer, großer Punkt. Das Augenmerk einfach darauf zu richten auf fünf Dinge, für die du dankbar bist. Ich sage mal so, wir vergleichen unser Inneres oder unsere Realität mit den Highlights der anderen Menschen. Früher hat man sich vielleicht mit dem Nachbar verglichen, jetzt vergleicht man sich mit der ganzen Welt. Man hat Instagram, Facebook und du siehst ja immer nur die Highlights der Menschen. Niemand zeigt dir, dass er auch nicht 24 Stunden happy ist, sondern die schönsten Bilder. Die Leute sind auf Urlaub, sie kriegen Babys, sie heiraten. Hab das im Hinterkopf und führe es ein, dir ein Dankbarkeits-Tagebuch zur Hand zu nehmen und du wirst sehen, dass dein Leben extrem reich ist. Nichts wie du mit dem Schlaf oder die deine Schlafqualität verbessern kannst, ist das EFT-Klopfen, Emotional Freedom Technik. Wenn du einfach Gedanken hast oder Dinge, die dich belasten, zum Beispiel auch das Thema, dass du vielleicht nicht einschlafen kannst, dann kannst du das Problem benennen und sagen, auch wenn ich gerade schwer einschlafen kann, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Sollte sich die Liebe für dich ein bisschen zu stark anfühlen, dann kannst du mal nur akzeptieren sagen. Das EFT-Klopfen, da kannst du nichts falsch machen, da geht es um die chinesische Medizin, auch mit den Meridianen, die wir stimulieren und du startest hier beim Karate-Job und sagst, auch wenn ich momentan schwer einschlafen kann, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem XY habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem XY habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem XY habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem XY habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem XY habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem XY habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Und dann kannst du die Hände in den Schoß legen. Im Idealfall bewertest du dein Problem, die Angst, die Wut, den Stress, den du hast, von einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ist eigentlich eh gar kein Problem und 10 ist das schlimmste Problem ever. Und dann gehst du dieses Klopfen, also du kannst danach zurückspulen und das nochmal machen. Gehst du das Klopfen durch, machst 3-4 Runden, schließt die Augen, schaust, ob du vielleicht einen Punkt sich das Ganze beruhigt hat. Du gehst so lange durch, bis du bei einer 3 angelangt bist. Dann kannst du auf jeden Fall gut einschlafen. EFT-Klopftechnik ist, glaube ich, in dem Fall so ein super Game Changer, wenn du emotionalen und mentalen Stress hast und einfach gerade ein Thema hast, dass du schlecht einschlafen kannst oder dass deine Schlafqualität schlecht ist, weil manchmal fühlt es sich so an, wie man wertet sich vielleicht selber deshalb ab und kommt dann in eine Abwärtsspirale hinein. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist nach draußen zu gehen, nach der Arbeit und auch das Wasser zu suchen. Das hat so etwas Evolutionäres, also der Mensch hat sich ja immer am Wasser angesiedelt, es beruhigt einen und vielleicht siehst du das auch manchmal, dass viele Leute einfach an der Donau, Nähe der Donau sitzen, weil es einen einfach zentriert und erdet. Ich glaube, das war es mit den Tipps. Zu guter Letzt, sei großzügig. Das ist die zweite Studie, die ich mir heute angesehen habe. Das ist übrigens aus dem 6-Minuten-Tagebuch. Das kann auch sehr hilfreich sein, also dieses Journal sich zu kaufen. Und sei großzügig ist das Thema, das man eine Studie gemacht hat mit Studenten, denen 100 Euro gegeben hat und gesagt hat, okay, du kannst dir 100 Euro verschenken oder du kannst sie für dich selbst ausgeben. Die Menschen hat mir dann einen Hirnscan gegeben und hat festgestellt, dass die Menschen, die die 100 Euro gespendet haben, glücklicher waren. Es war ein Gehirnareal aktiv, das auch beim Sex aktiv ist oder beim Orgasmus aktiv ist, aber so, dass es auch langanhaltend ist. Also diese Dopaminausschüttung hat den ganzen Tag gehalten. Ich lade dich jetzt natürlich nicht ein, jeden Tag 100 Euro auszugeben, damit du gut schlafen kannst, aber sei großzügig. Vergib Komplimente, halte jemandem die Tür auf, richte den Fokus vor allem, wenn wir selber Probleme haben, richten wir den Fokus ja sehr stark auf uns selbst. Das heißt, üb dich darin, den Fokus auf andere zu setzen und du wirst am Abend wie ein Baby schlafen. Ich hoffe, die 7 Tipps waren für euch hilfreich. Ich poste sie dann nochmal auf Instagram, dann kannst du sie kopieren, die abspeichern. Ich teile gleich mit dir das Video zum Thema Schlafen, also wie du innerhalb von einer Minute einschläfst. Das habe ich letztes Jahr gefilmt, da sind sicher auch noch andere Tipps drinnen. Falls du es noch nicht gesehen hast, du hast jetzt die Chance, dich für die Traumfigurakademie anzumelden. Um 50, ja du hörst richtig, um 50% reduziert, das heißt jetzt 769 Euro um 385 Euro. Am besten nimmst du dir noch eine Freundin dazu, dann könntest du zu zweit starten. Es sind schon 5 Leute in der Gruppe und freuen uns extrem auf dich. Das heißt, bis am Sonntag kannst du dich entscheiden und dann schließen die Tore sozusagen. Falls du Fragen hast zur Traumfigurakademie, stelle sie mir jederzeit. No worries, no problem. Sei dir einfach sicher, wir rocken das. Das Ganze geht bis November. Es gibt ein, zwei neue Projekte, die ich im Oktober, November starte. Also ich würde jetzt in die Traumfigurakademie investieren, weil ich nicht weiß, wann sie wieder öffnet. Ihr lieben Mäuse, ich hoffe, ihr freut euch über den Rabatt. Den habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Wie er lautet, nämlich Freundschaft. Und beim Checkout kannst du den einfach eingeben. Und dann wird dir das gleich abgezogen. Lass mich mal schauen, ob ich das finde. Und dann wird das gleiche. 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 Und dann wird das gleiche.